Hallo, ich bin euer MrWenner1974. Ihr habt euch über Folgen aufgeregt, ihr habt euch über Folgen beschwert, ihr habt euch über den Kommentarstil aufgeregt oder ihr sagt einfach, hey, diese Folge muss ich nochmal sehen und mal gucken, ob es da noch irgendwie eine lustige Geschichte im Hintergrund kommt. Hier euer Projekt Reloaded. Sucht euch aus den Playlisten, aus den Videos was raus, wo ihr sagt, das muss neu gemacht werden, das war nicht gut. Oder ihr müsst sagen, das war so gut, das will ich nochmal sehen. Das ist eure Chance, dann werde ich diese Folgen nochmal neu machen. Das heißt, ich lasse den Originalkommentar drauf und kommentiere das nochmal. So ungefähr ist das To-Do, so stelle ich mir das vor. Ich bin mal gespannt, was da an Feedback kommt. Ich habe selber ein paar Sachen im Ohr, wo ich gespannt bin, ob ihr das auch so seht oder eben nicht. Und dann könnt ihr euch austoben und dann sehen wir uns da nochmal wieder. Und dann kommt sozusagen Reloaded, das richtige 1000 Abonnenten-Special. Ich bin euer MrWenom1974. Ich danke für euren Support, danke für eure Unterstützung und ich bin mal gespannt, was ihr raussucht. Bis dann, tschüss.